Ja. 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 Man merkt, dass die Leute noch ein bisschen mehr gefüttert haben. Die sind halt nicht so wild. Ja. Die sind halt nicht so wild. Richtig schön zugenommen. Relativ bescheiden. Das ist mal was, ging es ja anders ab. Ja. Das geht ja immer an frei. Das ist schwarz, braun, schwarz, braun, schwarz. Das ist cool. Hallo. Sabine. Soll ich jetzt alles aufzählen? Soll ich das dann wiederholen? Ja. Sandra. Stefan. Kerstin. Roland. Zoe. Natürlich. Roland. Und Zoe. Das ist jetzt unsere Chief Brody-Name. Ja. Ha! Na, darf ich mir ja nie... Ja. 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 Wahnsinn. Ja. 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 Haha. Ha-ha. Wie die da reinstecken, ne? Tum, die Sabern, aber nicht so wie bei Odin, ja? Odin hat ja immer viel was gedeckt. Sie meint ja die Großen. Ja. Ja, das lag aber sonst... Ich glaub das lag bei Odin auch daran, wie im Geschrottenwund oder so. Ja. Ja. Also Odin hat gesastet. Ja, der hat gesastet. Hat immer die Wasküche... Der hat gesaftet, wie sonst das, ja. Na, ich glaube, du wirst noch warten. Nura! Ja, genau, Summer. Nura steht hier, genau. Das ist jetzt kurzsichtig gedacht, Summer. Denn die Dänen ja kriegen... Ja, denn haben die mehr Hunger und trinken nachher mehr. Ja, guck mal, einer ist jetzt gewechselt, der war so clever. Chief Brody ist gewechselt. Wer ist denn Chief Brody? Das ist der, der dich auch angegessen hat, Roland. Guck, wir essen noch wie noch hier kleine Sachen, finde ich, aber es ist ganz gut. Da muss man vielleicht noch mal mit dem Staubsauger rüberlegen. Ja, nein. Ja. Oh, den muss ich nicht mehr rutschen, der war so cool. Machst du da rein? Äh, soll ich mal probieren? Könntest du da drin schlagen? Nee, nee, du kommst da nicht mehr raus. Nee, nee, mit den Schultern so unten. Wie kommt er noch rein? Ah, Lala! Dann würde ich auch noch eine rauskommen, Florian. Lass mal da. Lass dir mal da. Mach mir mal dich, ne? Lass dir mal schön da. Körse. Hm. Guck mal. Hm. Gott, ist das süß, ey. Jetzt sind die alle hier zum Gange, oder? Lass dir mal dicht. Nein. Unglaublich, das ist unglaublich. Ja, nicht schlecht. Ja. Hat sich die da ja reinschütten können? Ich muss noch mal gucken. Ja, süße. Guck mal, ob sie noch, sie sind von Ostern heiß.